Der Kaffunkel! Der blaue Kaffunkel ist verschwunden! Oh nein! Der blaue Kaffunkel! Das war doch gerade noch hier! Der Stein wurde bestimmt gestohlen! Der Londoner Polizei ist ein großer Fun geglückt. Nach tagelanger, wilder Verfolgungsjagd konnte der 36-jährige Handwerker John Horner gefasst und festgenommen werden. John Philip Maxwell Horner? Er ist verdächtig, nicht verurteilt. Sie finden doch bestimmt heraus, wem dieser Gans und wem der Hut gehören. Ist der Besitzer dieser Gans und dieses Huts zugleich auch der Juwelendieb? Das gilt es jetzt herauszufinden, lieber Bot. Es sind die Kleinigkeiten, auf die es ankommt. Schauen Sie genau! Die Spur, die führt ganz klar ins Kosmopholiken. Und wir wollen sie verfolgen, solange sie noch heiß ist. Entschuldigung, ich habe ganz zufällig erfahren, Sie wären interessiert an einer ganz gewissen Gans. Sie? Wer sind Sie? Mein Name ist Sherlock Holmes. Es gehört zu meinem Geschäft, Dinge zu wissen, die andere Leute nicht wissen. Sie hat mich nicht zuerst. Derober. 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 Untertitelung des ZDF, 2020